Blaulicht. Heute ist das Thema offen und ich begrüße sehr herzlich den Manuel. Der Manuel ist 30. Hallo Manuel. Hallo. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist die größte Lüge, die der gesamten Menschheit erzählt wird. Und zwar, dass die Erde eine Kugel ist und dem ist nicht so. Ich sage oder bin besser gesagt 100% davon überzeugt, dass die Erde flach ist. Und dass die Regierungen uns eine Riesenglüge auftischen. Ich habe richtig verstanden. Du sagst, die Erde ist nicht rund, sondern eine Scheibe. Ganz genau. Spinnst du? Nein. Willst du mich verarschen? Nein. Dafür gibt es dutzende Beweise, wenn man sich doch mal vielleicht den Kopf... Du bist ein Verschwörungstheoretiker. Ah, das ist sehr gut, dass du das sagst. Dann würde ich dir doch mal empfehlen, vielleicht mal zu recherchieren, woher dieses Wort kommt. Okay, aber in die Richtung bin ich richtig, ne? Nö, also ich höre dieses Wort eigentlich ungerne, weil damit werden wir ja defamiert. Ach so, okay. Weil du ja glaubst, du hast recht, dass die Erde eine Scheibe ist. Ich weiß, dass ich recht habe. Hör mal, also ich weiß ja nun viel, was man immer wieder so liest über diese... Ich sage es trotzdem mal, das Wort, über diese Verschwörungstheoretiker. Manchmal kommt man da ja auch so ins Grübeln und denkt, naja, vielleicht ist da was dran. Aber sowas Blödes habe ich noch nie gehört. Naja, dann kannst du ja mal in die Bibel gucken, da steht das auch drin. Ja, in der Bibel steht alles möglich. Also, Entschuldige mal bitte, du musst nur mit dem Flugzeug fliegen, dann siehst du, dass die Erde rund ist. Wenn du musst mit dem Schiff fahren, dann fällst du nicht hinten runter. Nee, das hat was mit Perspektive zu tun. Da muss man sich einfach ein bisschen schlau machen. Da würde ich einfach jedem empfehlen, sich mal zu informieren, was es damit auf sich hat. Weil es ist einfach so, dass das Sichtfeld eines Menschen einfach eingeschränkt ist. Und zum Beispiel auch diese Krümmung, die man sieht, das hat damit zu tun, dass die Fotoapparate die meisten Fischeinlinden haben und automatisch dadurch eine Wölbung entsteht. Ach, das ist doch albern. Das ist doch albern. Oder was sagst du denn einem Weltumsegler? Na, der fährt einmal hinkstherum so. Also, der kreist praktisch einmal. Wir sind von einem Eisring umschlossen. Und was ist da drunter? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Das ist mehr Spekulation und alles. Aber wir sind definitiv auf einer flachen Scheibe. Also, ein Eisring ist da. Warum stößt man da nicht an den Eisring? Na, was denkst du denn, warum es den Antarktis-Vertrag gibt? Es gibt einen Antarktis-Vertrag. Wir dürfen doch da gar nicht hin. Und jetzt haben sie doch heute wieder warne Nachrichten, haben sie ein riesengroßes Schutzgebiet eingerichtet, damit da nämlich eben keiner hinkommt. Und den Mond zum Beispiel und die Sonne sind auch nicht so weit weg, wie man uns erzählt. Das kannst du auch überprüfen. Du musst einfach nur mal die Sonne und den Mond beobachten. Wir bleiben mal bei der Scheibe, dass die Erde nicht rund ist. Wer hat denn ein Interesse daran, uns zu verkaufen, dass die Erde rund ist? Also, ich gehe mal davon aus, dass das Reptiloiden sind. Was? Wer? Wie? Wir? Reptiloiden. Was ist das denn? Das sind reptilienartige Wesen und die sehen aus wie wir und die haben uns okkupiert oder sind dabei, uns zu okkupieren. Und ich meine, man muss doch immer auf die ganze Welt... Moment, langsam, langsam. Es sind Wesen, die sehen aus wie Reptilien und haben uns okkupiert? Genau, also die sehen jetzt mittlerweile aus wie wir. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die sehen aus wie Menschen. Ich glaube, du hast so viele Fantasyfilme geguckt. Nee. Woher sollen die uns denn okkupiert haben? Ja, ich weiß nicht, vielleicht haben die das ja erschaffen, wo wir hier leben. Vielleicht sind wir in einer Art Terrarium oder... Vielleicht gibt es auch Mickey Mouse. Nee, jetzt verarschst du mich. Ja, du mich auch irgendwie. Nein, ich verarschst dich nicht, nein, ich beschäftige mich seit zwei Jahren damit. Ich habe mich mit Physik, mit Mathematik, mit Geometrie, ich habe mich mit Geologie beschäftigt, ich habe mich mit allem beschäftigt. Ist doch merkwürdig, dass dann keiner von führenden Wissenschaftlern auf der Welt so etwas sagt. Ja, weil die da... Ja, es gibt Wissenschaftler, sie müssen doch einfach nochmal ein bisschen recherchieren. Es gibt Wissenschaftler, die was dazu sagen. Ja, das sind durchgeknallte. Ja, das ist natürlich so, kann man es immer sagen. Aber nochmal mit der Erde. Es gibt doch mittlerweile ganz viele Sonden, die Fotos machen von weit oben und vom Mond und weiß nicht. Dann sieht man doch unsere Kugel schweben. Ja, genau, das ist gefälscht. Ach so, das ist gefälscht. Ja gut, da kannst du natürlich jeden Quatsch in die Welt setzen und sagen, das andere ist immer gefälscht. Ja, das ist ja, wenn du verstanden hast, dass die Erde flach ist, kommst du automatisch zu dem Schluss, dass alles gefälscht ist. Und wenn du weißt, dass die Erde flach ist, dann... Ja, aber das ist ja gerade der Punkt, der so absurd ist. Ja, ich weiß, das ist auch absurd. Nochmal zu diesen Wesen da, die... Sind das Außerirdische oder was? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten, woher die kommen, was deren Ziel ist. Aber es scheint zumindest deren Ziel zu sein. Also glaube ich, dass sie uns vernichten wollen. Also ich meine, man muss doch nur mal die ganze Welt anschauen. Entschuldige, Entschuldige, ich muss immer inzwischen fragen, sonst kommen wir nicht mit. Woher weißt du, glaubst du denn, dass es dieses Wesen überhaupt gibt? Na, da muss man auch einfach mal ein bisschen recherchieren. Also es gibt dutzende Videos auf YouTube. Ja, ich weiß, jetzt sagst du gleich wieder, im Internet ist alles gefälscht und hin und her und tralala. Das sind keine Beweise. Aber ich meine, jeder Journalist recherchiert und holt sich seine Informationen aus dem Internet heutzutage. Nicht nur. Das ist ein Fakt. Ja, nicht nur, nee. Und im Internet steht, oder findest du, dass es da diese Mischwesen gibt, die wie Reptilien... Aber ich habe noch kein Mischwesen gesehen. Ich schon. Wo? Hillary Clinton zum Beispiel. Oder keine Ahnung. Jetzt sag bitte nicht, dass unsere Angela Merkel auch ein Mischwesen ist. Nee, bei der habe ich das noch nicht gesehen, habe ich noch nichts zu gefunden. Wie kann man das bei Hillary Clinton sehen? Na, da gibt es, habe ich jetzt neulich erst wieder ein Video gefunden mit ihren Augen. Also die Augen sind das, was sie verraten. Man muss auf die Augen achten. Ja, keine Ahnung. Natürlich gibt es auch welche Videos, die gefälscht sind, aber die sind halt dazu da, um uns zu diffamieren. Man muss halt wissen, worauf man achten muss. Man kann doch... Ich hatte gehofft, in all diesen 20 Jahren oder noch länger, wo ich hier sitze, dass ich nicht enttarnt werde. Jetzt bist du kurz davor, mich zu enttarnen. Ja, vielleicht bist du auch ein Reptiloid, aber eigentlich glaube ich nicht. Nein. Interessant, dass du mich darauf ansprichst. Es hat niemand gemerkt bisher. Ja, nur siehst du, ist doch in Ordnung. Ist doch gut. Monat. Ist halt nur die Frage, ob du gut bist oder ob du böse bist. Und du bist sehr clever, dass du das alles so durchschaust. Ja, aber ich merke schon, dass du mich eigentlich nicht gerade wirklich ernst nimmst. Aber ich kann einfach nur jedem Zuschauer empfehlen, sich selber mal schlau zu machen, den Mond zu beobachten, die Sterne zu beobachten. Warum sehen wir denn immer nur die gleiche Seite vom Mond? Warum? Das kann man wahrscheinlich astronomisch sehr einfach erklären. Aber glaubst du denn, dass der Mond rund ist? Nee. Nee, also der Mond ist auch eine Scheibe. Nee, nee, also nicht komplett rund. Also ich kann zu dem Mond nicht genau sagen. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch nur eine Projektion. Nein, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur definitiv, dass die Erde flach ist und dass man uns hier eine Riesenlüge auftischt. Und dass wir wirklich, wir sind dabei, unsere Menschheit ist dabei zu sterben. Aber nochmal, ich komme nicht drüber weg mit deiner flachen Erde. Ich bin einmal mit dem Schiff von Europa nach Amerika gefahren. Ich bin nicht an eine Eiskante gestoßen. Ja, weil es gibt ja eine gewisse Strömung, die ja dann praktisch im Kreis dieser Scheibe strömt. Und natürlich kannst du da nicht an den Eisrand stoßen. Und ich meine, wenn du selber zum Beispiel auch, weil ich habe auch schon von Leuten gehört, ja, ja, ich habe selber mit meinen eigenen Augen die Wölbung gesehen. Ja, da muss ich sagen, sorry, deine Augen haben auch einen Fischlinsenei-Infekt. Also dann, das ist, die Augen, die täuschen uns. Ja, das ist doch, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kann nur jedem empfehlen, informiert euch. Okay, das haben wir schon verstanden. Das haben wir schon verstanden. Aber du weißt nicht, was diese Wesen mit uns vorhaben? Also mir macht es den Eindruck, als wenn sie uns vernichten wollen. Also ich meine, man muss sich wirklich nur die Erde anschauen. Hätten sie ja schon längst machen können. Naja, aber vielleicht können sie es ja nur auf die Art und Weise machen. Vielleicht sind sie nicht stark genug. Vielleicht sind sie nicht genug von diesen Wesen. Ich habe immer den Eindruck, dass Leute, die sich in solche Theorien so versteigen, denen muss es ja langweilig sein in ihrem Leben. Nee, mir ist nicht langweilig. Was machst du vom Beruf, Manuel? Also im Moment bin ich jetzt arbeitslos. Ich bin auch komplett auf die Tür. Ich merke, du lachst. Nein, 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 ich lache nicht über Arbeitslose. Leute, das ist völlig Unsinn. Was hast du vorher gemacht und gelernt? Gelernt habe ich mir ursprünglich Koch. Ah, okay, gut. Und seit wann beschäftigst du dich mit solchen Sachen? Seit zwei Jahren jetzt. Und ich wollte ursprünglich auch diese Flacherdler, so nennt man die, oder Flat Earther, wollte ich ursprünglich auch widerlegen. Ich wollte sie widerlegen. Ich habe nach Bildern der NASA geguckt, auf der offiziellen NASA-Webzeit, habe mir Bilder der Erde runtergeladen und habe sie verglichen. Und du findest da eindeutige Beweise, dass diese Bilder gefälscht sind. Aber darunter steht, dass es ein Originalbild der Erde aus dem Weltraum aufgenommen ist. Und genauso kannst du auch zum Beispiel, mal geh mal auf Dings, guck dir den Livestream von der Erde an. Du kannst das, du siehst das, dass das gefälscht ist. Das ist ein Fake. Zum Beispiel auch Satelliten gibt es nicht. Warum heißt das denn GPS? Geostationäre Systemen. Die sind nicht im Weltraum. Die kommen nicht in den Weltraum. Pass mal auf, noch eine ganz andere Frage. Ja. Was steigerst du dich da so rein? Ja, weil... Nein, 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 lass mich fertig fragen. Ja, sorry. Wenn, selbst wenn es so wäre, könnte es dir doch auch egal sein. Nee. Nee? Mir ist es nicht egal. Warum? Aus dem Grund, weil ich sehe, was mit unserer Erde hier passiert. Menschen, wir führen Kriege, wir verseuchen unsere Meere, wir verseuchen unsere Böden, wir holzen alle unsere Bäume ab. Man muss sich mal überlegen, die Bäume sind die Lunge, die Lunge unseres Ökosystems. Okay, da sind wir uns ja einig. Aber liegt das nicht im Menschen begründet, weil der Mensch eben ein Raubtier ist und diese Erde wirklich ausbeutet? Brauchen wir da irgendwelche Aliens und Flachscheibentheorien? Du hast in gewisser Maße recht, aber ich glaube, dass der Mensch schon so vernünftig wäre, dass er an einem gewissen Punkt erkennt, dass wir unsere Erde nicht noch weiter ausbeuten und zerstören können. Aber das tun wir. Wir tun es Tag zu Tag. Und daraus schließt du? Nee, aufgrund meiner Recherche. Aus der Unvernunft des Menschen schließt du das? Du sagst ja, dass der Mensch sehr unvernünftig ist. Und daraus resultiert doch für dich dann irgendetwas. Und was ist das? Naja, wir sind ja, wie du ja gesagt hast, wir sind Raubtier. Wir zerstören natürlich unseren Planeten. Aber ich glaube, wir werden schon so vernünftig, dass wir, wenn wir erkennen, dass wir unser Ökosystem so zerstören, dass wir es nicht mehr rückgängig machen können, dass wir etwas dagegen unternehmen. Aber das ist nicht der Fall. Wir könnten seit 100 Jahren, vor 100 Jahren, 1900, sind mehr Elektroautos auf den Straßen gefahren als heute. Jetzt kommt ein ganz anderes Thema. Ich würde gerne zum Schluss noch, nachdem du uns aufgeklärt hast, dass Hillary Clinton ein, wie nennt man die, Wesen? Ein Reptiloid. Ein Reptiloid ist. Gibt es in Deutschland jemanden, den du als Reptiloid... Also habe ich noch nichts gefunden zu... Und sonst noch ein international bekannter Mensch? Naja, so ein paar Stars auf jeden Fall habe ich schon gesehen. Zum Beispiel? Wie heißt die? Katy Perry zum Beispiel. Hier, wie heißt sie? Miley Cyrus. Ja. Zum Beispiel hier auch, die ist vielleicht kein Reptiloid, aber die haben sie auf jeden Fall geklont. Die US-Olympionikin Simone Biles. Man muss sich nur mal angucken, was sie, das hat ein Physiker, das analysiert, was sie für Sportübungen gemacht hat. Das ist physikalisch unmöglich. Und das macht sie. Das hat ein Physiker analysiert. Okay. Interessant ist nur, dass wirklich keine seriösen Physiker oder Wissenschaftler der Welt, mit Ausnahme von irgendwelchen seltsamen Leuten, die du da im Internet findest, niemand so etwas sagt. Nein, das sind auch wichtige Leute, die haben auch, oder was heißt wichtige Leute, aber das sind auch gebildete Leute. Ich meine, die haben doch auch mal studiert gemacht. Die denken sich das doch nicht aus. Ich glaube schon eher. Manuel, da kommen wir nicht zueinander, aber ich fand es interessant. Ich möchte ja auch nur anregen. Ja, natürlich. Und ich finde es interessant, dass wir die Menschen ihren Horizont arbeiten. Natürlich. Das ist ein sehr ehrenwertes Anliegen. Und wir denken alle jetzt über die Scheibe noch nach. Vielleicht kommen wir da zu einem Ergebnis. Danke für deinen Anrufen. Alles Gute. Ja, nächste Woche hätte ich vielleicht auch was dazu zu sagen, zum Thema Blaulicht und wie die Polizei mit... Da bin ich sicher, dass du da gute Überlegungen hast. Wir überlegen mal, ob wir nochmal... Das ist nicht Überlegungen, ich habe Erfahrungen. Natürlich, und du hast Beweise, ist mir völlig klar. Manuel, bis jetzt... Nein, das verarscht du mich. Nein, nein, nein. Und für heute sagen wir mal Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Tschüss, tschau. Ja, ihr Lieben, die Alice ist nicht rund. Die alte katholische Kirche, die ganze alte katholische Kirche wird sich freuen darüber, dass es jemand gibt, der das so sieht.